Hallo YouTube, hier spricht deine Ursula Moriel-Krieger. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Es hat ganz lange von mir, glaube ich, jetzt über Jahre hindurch keine Videos gegeben. Das hat ganz viele Gründe gehabt. Und ich möchte jetzt doch wieder auf YouTube aktiver werden. Es hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Ich habe einige Ausbildungen abgeschlossen, bin jetzt seit bald zehn Jahren aktiv, Kartenmedium, inaktiv in der Beratung, Astrologin und habe in den vielen Jahren sehr vielen Menschen weiterhelfen können und möchte jetzt auf dem Kanal mich natürlich auch den Kartenreadings widmen. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe es wirklich regelmäßig, Videos zu gewissen Themen hochzuladen und bin natürlich auch weiterhin für private Buchungen für euch städt zur Verfügung und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Live-Session mit mir. In diesem Sinne möchte ich mich zurückmelden, wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe. Eure Ursula Moriel-Krieger. Baba, pfiat euch.